Bleibst du im Wagen, wenn ich dich darum bitte? Natürlich nicht. Hey. Charlie hat gesagt, du warst weg. Ja, ich hab Mann besucht. Wieso? Ich will sehen, ob du noch ein Mensch bist. Ich bin hier, um dich zu warnen, wenn ihr nochmal auf unser Land kommt. Du solltest gehen. Sofort. Sie hat das Recht, es zu wissen. Sie ist diejenige, die die Rothaarige will. Victoria? Die Vision von Alice? Ich wollte dich beschützen. Indem du mich belügst? Okay, wir reden noch darüber, aber... Du. Wieso hast du nie zurückgerufen? Ich hatte nichts zu sagen. Ich aber eine Menge. Bleib stehen. Hey. Bella. Edward, du musst mir vertrauen. Das tue ich, aber... Ihm traue ich nicht. Hör auf zu grinsen, Jacob. Wir fahren nur ein Stück. Halt dich gut fest. D mum first. Vuracab essuzu. Ich habe eine Menge. Anxième phi.